ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcarts so bevor das neue video losgeht etwas werbung in eigener sache warum mache ich das wir haben keine großen werbepartner das heißt wir müssen sogar die runden kommen und da helfen uns natürlich die kanalmitglieder also wenn ihr kanalmitglieder werden wollt gibt es verschiedene stufen und natürlich habt ihr dann alle videos werbefrei oder ihr schaut mal bei uns in den shop rein und guckt ob da irgendein hörbuch für euch ist oder das online magazin auf jeden fall wenn ihr da mal zuschlagt würde uns das natürlich auch helfen und zu guter letzt ist natürlich die einfachste unterstützung für uns ein euro über paypal das kommt in die kriegskasse und schon können wir vernünftig weiterarbeiten und alle rechnung bezahlen in diesem sinne vielen dank für eure unterstützung jetzt geht's los mit dem neuen video ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcarts so ein neues video für euch mit einem interessanten hintergrund weil wir wissen ja alle wann der krieg vorbei war der zweite weltkrieg endete am 8 mai mit der bedingungslosen kapitulation der deutschen regierung der deutschen streitkräfte also die gesamt kapitulation des deutschen reiches allerdings wurde an manchen orten noch bis zum 12 mai weitergekämpft das kann man sich gar nicht vorstellen und dieses thema haben wir uns angenommen und haben gesagt da müssen wir mal reinschauen was da wirklich war wer hat gekämpft wo war das warum haben die das gemacht wie lange haben die gekämpft was waren die verluste und wie ist das alles ausgegangen super spannendes thema alex hat sich da rein gefühlt und hat das sehr ausführlich zusammengetragen und deswegen will ich gar nicht weit vorgreifen da werden ein paar ortsnamen genannt und das ist in der tschechoslowakei in größten teilen in der tschechoslowakei nicht mein bereich der ort soll slivice heißen ich hoffe es wird so ausgesprochen wenn es nicht so ausgesprochen wird dann ist das so aber ihr wisst was gemeint ist jetzt hoffe ich dass euch das abholt und ich hoffe auch dass ihr genau wie ich beim lesen der ersten entwürfe gedacht habe verdammt noch mal da wusste ich gar nicht in diesem sinne würde ich sagen legen wir einfach mal los die schlacht bei slivice die am hälften und zwölften mai 1945 stattfand ist eine der letzten militärischen auseinandersetzungen des zweiten weltkrieges in europa obwohl der krieg offiziell am achten mai 1945 mit der bedingungslosen kapitulation der wehrmacht endete setzen einige deutsche truppen die kämpfe fort insbesondere in den böhmischen und märischen regionen der tschechoslowakei die schlacht bei slivice markierte das ende eines verzweifelten deutschen widerstands gegen die alliierten truppen hauptsächlich sowjetische und tschechoslowakische einheiten die gegen das letzte überbleibsel der deutschen armee in diesem gebiet vorgingen der historische hintergrund der schlacht bei slivice ist eng mit den letzten tagen des zweiten weltkriegs und der allgemeine lage in europa nach dem fall berlins verknüpft zu dieser zeit befand sich das deutsche reich in einem zustand völliger militärischer und politischer zerrüttung am 8 mai 1945 wurde die bedingungslose kapitulation der wehrmacht offiziell besiegelt was das ende des krieges in europa markierte doch obwohl das dritte reich faktisch nicht mehr existierte und große teile deutschlands bereits von den alliierten besetzt waren blieben in einigen regionen insbesondere in böhm und mehren größere deutsche truppen kontingente aktiv die kapitulation deutschlands kam zu einem zeitpunkt als das land bereits in trümmern lag die alliierten streitkräfte hatten das deutsche reich von westen süden und osten umschlossen und besetzt hitler am 30 april 1945 gestorben und sein nachfolger großadmiral karl dönitz versuchte die reste des reiches zu verwalten und den krieg zumindest mit den westlichen alliierten in geordneten bahn zu beenden trotz der kapitulation blieb der militärische widerstand in einigen gebieten bestehen besonders in denen von der deutschen wehrmacht und der waffen ss kontrollierten region der tschechoslowakei in der tschechoslowakei konzentrierte sich der widerstand auf die heeresgruppe mitte eine der letzten großen kampfverbände der wehrmacht diese stand unter dem kommando von generalfeldmarschall ferdinand schörner einem der letzten treuen anhänger hitlers schörner galt als äußerst harter und entschlossener befehlshaber der nicht bereit war sich den alliierten bedingungslos zu ergeben er hatte den befehl erhalten die tschechoslowakei um jeden preis zu halten und er ermutigte seine truppen weiter zu kämpfen auch nachdem hitler gestorben war und das deutsche oberkommando kapituliert hatte die lage in böhm und mehren war aus mehreren gründen von großer strategischer bedeutung zum einen war die tschechoslowakei eine region in der sich eine große anzahl deutscher truppen gesammelt hatte die auf dem rückzug waren diese truppen bestanden aus einheiten der regulären wehrmacht der waffen ss der hitlerjugend sowie anderen paramilitärischen verbänden wie dem volkssturm viele dieser soldaten waren teil von einheiten die sich nach der kapitulation in auflösung befanden und versuchten dem zugriff der roten armee zu entkommen für die meisten dieser deutschen soldaten war das hauptziel sich den westlichen alliierten insbesondere den amerikanischen streitkräften zu ergeben da sie die sowjetische kriegsgefangenschaft fürchteten dies hatte einen grund in den berichten über die schlechte behandlung deutscher soldaten in sowjetischer gefangenschaft sowie in der brutalen rache die die rote armee in vielen von ihren eroberten gebieten insbesondere in ostpreußen gegenüber deutschen soldaten und zivilisten übte die aussicht in amerikanische gefangenschaft zu geraten schien den deutschen truppen eine deutlich bessere chance auf ein überleben zu bieten da die westlichen alliierten im allgemeinen weniger rachsüchtig und strenger an die kenfer konvention gebunden waren dies führte zu einem verzweifelten wettlauf in dem deutsche truppen versuchten den sowjetischen vormarsch zu umgehen und in richtung der amerikanischen linien zu fliehen doch die rote armee und der marschall ivan konje der den befehl über die erste ukrainische front führte war entschlossen die kontrolle über die gesamte tschechoslowakei zu erlangen bevor die deutschen truppen die amerikanischen linien erreichten gleichzeitig drängte die tschechoslowakische befreiungsarmee unterstützt von partisan auf die vollständige befreiung ihres landes von den deutschen besatzern diese situation führte zu einem chaotischen und oft verzweifelten szenario in dem viele deutsche truppen obwohl sie kapitulieren wollten weiterhin in gefechte verwickelt wurden insbesondere die ss truppen weigerten sich in vielen fällen die waffen niederzulegen da sie wussten dass sie in sowjetischer kriegsgefangenschaft oder bei der tschechoslowakischen bevölkerung wahrscheinlich besonders hart bestraft werden würden im raum böhmen und mehren versuchten viele dieser truppen eine geordnete flucht nach westen zu organisieren um sich den amerikanern zu ergeben dies führte zu einer massiven bewegung von soldaten und zivilisten die sich verzweifelt über die straßen und durch die wälder in richtung westen bewegten während sie gleichzeitig von sowjetischen truppen verfolgt wurden viele dieser deutschen soldaten sahen keine andere wahl als bis zum letzten moment widerstand zu leisten um zeit zu gewinnen in dieser angespannten situation kam es in der region um das kleine dorf slivice in der nähe der stadt pribram zu einem der letzten großen militärischen auseinandersetzungen des zweiten weltkrieges in europa hier hatten sich verschiedene deutsche einheiten darunter truppen der waffen ss und der wehrmacht verschanzt um einen letzten verzweifelten widerstand zu leisten unterstützt von schwerer artillerie und einigen gepanzerten fahrzeugen versuchten sie die angriffe der roten armee und der tschechoslowakischen truppen abzuwehren die nun entschlossen waren das deutsche bollwerk in der tschechoslowakei endgültig zu brechen nachdem berlin am 2 mai 1945 gefallen war und die deutsche wehrmacht am 8 mai 1945 kapituliert hatte begann die auflösung der verbliebenen deutschen truppen in den besetzten gebieten besonders in der tschechoslowakei spielte sich ein dramatisches szenario ab hier hatte die deutsche heeresgruppe mitte unter dem kommando von generalfeldmarschall ferdinand schörner stellung bezogen eine der letzten verbliebenen großen militärischen formationen des dritten reiches währenddessen drängten die sowjetischen streitkräfte unterstützt von tschechoslowakischen partisan und regulären einheiten der tschechoslowakischen armee nach westen vor um die verbliebene deutsche präsenz in der tschechoslowakei zu beseitigen für die sowjetunion war es von großer bedeutung möglichst viel von mitteleuropa zu kontrollieren bevor der krieg endgültig endete um ihren territorialen einfluss in den nachkriegsverhandlungen zu sichern besonders die tschechoslowakei war von strategischem interesse da sie nach dem krieg in die sowjetische einflusszone fallen sollte in den ersten maitagen 1945 rückten die sowjetischen und tschechoslowakischen truppen rasch auf prag vor das am 9 mai befreit wurde auf ihrem weg stießen sie auf nur geringen widerstand da die meisten deutschen einheiten entweder aufgelöst waren oder versuchten sich den amerikanern zu ergeben die amerikanischen truppen die sich im westen der tschechoslowakei befanden hatten jedoch eine klare vereinbarung mit den sowjets getroffen die us-armee würde nicht weiter nach osten vordringen dies war teil der absprachen zwischen den alliierten auf den konferenzen von yalta und teheran wo die aufteilung der nachkriegszonen in europa besprochen wurde so zogen sich die amerikanischen truppen zurück und überließen es den sowjets die kontrolle über böhm und mehren zu übernehmen in diesem vakuum das zwischen den sich zurückziehenden amerikanern und den heranrückenden sowjetischen truppen entstand fanden sich viele deutsche truppen in einer unklaren situation wieder general schörner der ein überzeugter nationalsozialist war hatte zwar den befehl gegeben dass die deutschen truppen in böhmen keinen widerstand mehr leisten sollten doch dieser befehl erreichte nicht alle einheiten oder wurde von vielen offizieren insbesondere der ss ignoriert viele ss kommandeure die für ihre fanatische hingabe bekannt waren weigerten sich die waffen niederzulegen da sie entweder auf ein wunder hofften oder die aussicht sich sowjetischen truppen zu ergeben als inakzeptabel betrachteten diese widerstreitenden befehle und die chaotische lage führten dazu dass in der region böhmen mehrere deutsche einheiten weiterhin kämpften obwohl der krieg offiziell vorbei war kommen wir mal zum beginn der schlacht die schlacht bei selbice begann am 11 Mai 1945 drei tage nach der offiziellen kapitulation deutschlands der volkssturm bestand aus alten männern und jugendlichen die zum kriegsende mobilisiert wurden um die letzten verteidigungsversuche des deutschen reiches zu unterstützen obwohl viele dieser kämpfer schlecht ausgerüstet und unerfahren waren hatten sie sich entschlossen weiter zu kämpfen in der hoffnung zeit zu gewinnen und sich letztendlich in die amerikanischen linien zurückzuziehen um einer sowjetischen gefangenschaft zu entgehen ihre positionen in der hügeligen landschaft böhmens war gut zu verteidigen und die deutschen soldaten hatten ihre stellung sorgfältig vorbereitet sie verfügten über schwere artillerie panzer abwehrwaffen und einige panzer die sie aus den resten ihrer sich auflösenden einheiten zurückgezogen werden diese waffen sollten ihnen helfen die erwartenden angriffe der sowjetischen truppen abzuwehren die bereits auf dem vormarsch waren die deutsche seite hoffte mit dieser verteidigung eine letzte bastion zu bilden um den vormarsch der sowjetischen und tschechoslowakischen einheiten zumindest vorübergehend zu stoppen auf der anderen seite standen den deutschen sowjetischen sowjetische und tschechoslowakische einheiten gegenüber die fest entschlossen waren den letzten widerstand der deutschen truppen in dieser region zu brechen nach der besetzung durch das nationalsozialistische deutschland war es für die tschechen ein zentraler moment sich an der endgültigen vertreibung der deutschen truppen zu beteiligen und die kontrolle über ihre heimat zurückzuerlangen die sowjetischen und tschechoslowakische truppen waren zahlenmäßig und materiell überlegen und verfügten über weit mehr ressourcen als die verzweifelten deutschen verteidiger die sowjetische seite setzte schwere artillerie und luftangriffe ein um die deutschen verteidigungsstellung zu schwächen ihre strategie bestand darin die verteidigungsposition der deutschen zu zermürben bevor sie einen massiven bodenangriff starteten die deutschen truppen die sich auf ihre gut vorbereiteten stellung verließen konnten den angriff zunächst abwehren und den sowjetischen vormarsch für kurze zeit verzögern die hügel und wälder um slivitsche boten den verteidigern eine gewisse deckung und ermöglichten es ihnen die angriffe der sowjetische streitkräfte zumindest vorübergehend abzuwehren das alles bringt uns zum verlauf der schlacht beginnt am 11 mai 1945 am 11 mai begann die sowjetische offensive gegen die deutsche stellung in und um slivitsche die sowjets eröffneten den angriff mit einem massiven artillerie beschuss um die verteidigungsstellung der deutschen zu schwächen und die nachschubwege zu unterbrechen die luftwaffe der roten armee spielte ebenfalls eine entscheidende rolle indem sie die deutsche stellung und nachschublinien bombardierte dieser ständige beschuss sollte die verteidiger zermürben und ihnen jegliche möglichkeit nehmen ihre verteidigungsanlagen zu halten oder gegen angriffe zu starten die deutschen truppen hatten sich jedoch gut auf diese angriffe vorbereitet ihre verteidigungsposition die in den hügeligen regionen lagen boten ihnen eine gute deckung und schutz vor den luftangriffen außerdem nutzen die deutschen das unübersichtliche gelände und das bewaldungsgebiet um slivitsche um hinterhalte zu legen den vormarsch der sowjets zu verlangsamen die deutsche verteidigung bestand aus einheiten der waffen ss der wehrmacht versprengten volkssturmeinheiten sowie jugendlichen der hitlerjugend die sich mit allen mitteln gegen die vorrückenden sowjetischen und tschechoslowakischen einheiten verteidigen trotz der zahlenmäßigen und materiellen überlegenheit des gegners konnten die deutschen den vormarsch einen ganzen tag diese kräfte aufhalten dabei kam es zu erbitterten kämpfen bei denen sowohl auf deutsche als auch auf sowjetische seite schwere verluste hingenommen werden mussten partisan die in den regionen operierten unterstützten die regulären einheiten der tschechoslowakischen armee und der roten armee bei der befreiung des gebietes sie kannten das gelände gut und konnten den regulären einheiten wertvolle informationen über die deutschen verteidigungspositionen liefern einige der partisan einheiten hatten bereits während der deutschen besatzung an sabotageaktionen gegen die wehrmacht teilgenommen und spielten nun eine wichtige rolle in der finalen phase der befreiung des landes kommen wir zum 12 mai 1945 den zusammenbruch der deutschen linien der zweite tag der schlacht also der 12 mai brachte eine entscheidende wende die sowjetischen und tschechoslowakischen truppen intensivierten ihre angriffe und die deutschen verteidigungslinien begann allmählich zu bröckeln die deutschen die aus einer vielzahl unterschiedlicher truppenteile bestanden waren schlecht koordiniert und litten unter nachschubproblemen die anhaltenden artillerie angriffe der sowjets hatten die deutsche stellung geschwächt und die soldaten standen unter enormen psychischen druck der deutsche widerstand der am ersten tag noch erbittert gewesen war ließ am zweiten tag nach die übermacht der sowjets und der tschechoslowaken war erdrückend und die deutschen truppen hatten weder die mittel noch die verbände um einen wirksamen gegenangriff zu starten einige einheiten versuchten sich weiter in den westen zurückzuziehen doch die sowjetischen truppen hatten den fluchtweg nach westen effektiv abgeschnitten und umzingelten die verbliebenen deutschen einheiten sodass ein ausbruch nicht mehr möglich war panzer und sturmgeschütze die den deutschen anfangs zur verfügung standen waren durch die ständigen sowjetischen angriffe größtenteils zerstört oder kampfunfähig gemacht worden es fehlte an treibstoff und munition um einen koordinierten rückzug zu organisieren oder die verteidigungsstellung weiter zu halten zudem war der großteil der truppen demoralisiert und erschöpft nachdem sie bereits wochenlang im rückzug begriffen gewesen waren die sowjetischen und tschechoslowakischen truppen drangen am nachmittag des 12 mai in die deutsche stellung ein und begann diese zu überwältigen besonders die erste ukrainische front unter dem kommando von marshal ivan konje spielte eine entscheidende rolle bei der eroberung der deutschen verteidigungsstellung unterstützt von der tschechoslowakischen armee brachen die sowjetischen truppen die letzten widerstandsnester der deutschen in der region die schlacht um slivice war gekennzeichnet von nahekämpfen die in den letzten stunden der deutschen verteidigung ausbrachen als sich einige soldaten weigerten zu kapitulieren versuchten bis zum letzten mann zu kämpfen am 12 mai 1945 gegen ende des tages kapitulierten die letzten verbliebenen deutschen truppen in der region um slivice dies markierte nicht nur das ende der kampfhandlung in der tschechoslowakei sondern auch eine der letzten militärischen aktion des zweiten weltkrieges in europa die kapitulation erfolgte nach erbitterten kämpfen in denen die deutschen soldaten insbesondere die waffen ss trotz der aussichtslosigkeit ihrer lage bis zum letzten moment widerstand geleistet hatten doch angesichts der überwältigenden übermacht der sowjetischen und tschechoslowakischen streitkräfte sowie der fehlenden möglichkeit sich den amerikanern zu ergeben sahen sich die deutschen truppen gezwungen die waffen niederzulegen die sowjetischen truppen nahmen nach der kapitulation tausende deutsche soldaten gefangen darunter auch viele hochrangige offiziere der wehrmacht und der ss die gefangenen wurden in kriegsgefangenen lager gebracht wobei ein großteil von ihnen in die sowjetunion deportiert wurde für viele dieser soldaten begann eine lange und oft grausame gefangenschaft in vielen fällen jahre dauern sollte besonders für angehörige der waffen ss war die aussicht auf sowjetische kriegsgefangenschaft düster die rote armee betrachtete sie als besonders gefährliche kriegsverbrecher da sie für zahlreiche gräueltaten während des krieges verantwortlich gemacht wurden viele dieser männer wurden in straflager in die sowjetunion geschickt wo sie unter harten bedingungen zwangsarbeit leisten mussten nur wenige von ihnen kehrten in den jahren nach dem kriege nach deutschland zurück die schlacht bei slivice symbolisierte das verzweifelte aufbäumen eines bereits besiegten deutschlands das sich weigerte die realität seiner niederlage zu akzeptieren für viele der deutschen soldaten insbesondere diejenige der waffen ss war die kapitulation eine schwer zu akzeptierende tatsache diese truppen hatten oft fanatischen widerstand geleistet getrieben von der ideologie des nationalsozialismus und der hoffnung dass es vielleicht noch eine wendung im kriege geben könnte doch diese hoffnung war illusorisch da die politische und militärische führung des dritten reiches zu diesem zeitpunkt bereits nicht mehr existierte und das schicksal des krieges längst besiegelt war für die sowjetischen und tschechoslowakischen truppen hingegen war die schlacht bei slivice ein bedeutender und symbolischer sieg sie hatten nicht nur den letzten widerstand in der tschechoslowakei gebrochen sondern auch das ende eines verheerenden krieges besiegelt der in der region millionen menschen das leben gekostet und unermessliches leid verursacht hatte die nachwirkung der schlacht waren sowohl auf militärischer als auch auf politischer ebene spürbar militärisch bedeutete die kapitulation der letzten deutschen truppen das endgültige ende des bewaffneten konfliktes in europa mit der kapitulation von generalfeldmarschall ferdinand schörners heeresgruppe mitte wurde der letzte nennenswerte widerstand des deutschen reiches im osten gebrochen politisch ebnete der sieg den weg für die vollständige befreiung der tschechoslowakei und die etablierung eines pro sowjetischen regimes die enge zusammenarbeit zwischen der roten armee und der tschechoslowakischen befreiungsfront trug dazu bei dass die sowjetunion nach dem krieg einen starken einfluss auf die politik des landes ausüben konnte was schließlich zur eingliederung der tschechoslowakei in den ostblock führte ganz am ende kommen wir mal zur bedeutung der schlacht obwohl diese schlacht im vergleich zu anderen großen schlachten des zweiten weltkrieges wie stalingrad oder der schlacht um berlin relativ klein war hat sie eine bedeutende symbolische und historische bedeutung erstens war sie eine letzten schlachten des zweiten weltkriegs in europa und markierte das endgültige ende der kämpfe auf dem kontinent obwohl die deutsche kapitulation offiziell am 8 mai 45 erklärt wurde zeigt die schlacht dass in einigen gebieten der widerstand noch einige tage lang anhielt zweitens verdeutlicht die schlacht die geopolitische spannung die sich bereits in den letzten tagen des krieges abzeichneten die deutschen truppen versuchten verzweifelt sich den amerikanern zu ergeben weil sie wussten dass die gefangenschaft in den händen der sowjets weitaus härter und gefährlicher war diese dynamik führte zu vielen konflikten zwischen den alliierten da die sowjets darauf bestanden dass alle deutschen truppen die sich in den von ihnen kontrollierten gebieten befanden ihrer autorität unterstellt wurden drittens zeigte die schlacht bei slivice die rolle der tschechoslowakischen partisan und der regulären tschechoslowakischen armee bei der befreiung ihres landes obwohl die hauptkräfte der befreiung in den händen der sowjetunion lagen spielten die tschechoslowaken eine wichtige rolle bei der vertreibung der deutschen aus ihrem land und der wiederherstellung der souveränität zumindest zeitweise von ihm an Untertitelung des ZDF, 2020